Hallo, ich zeige euch heute wie mein AFK-GTA Geld verdient und das ist sehr einfach. Ob ich mit mir Handy filmen muss, weil ich muss das Hardware technisch zeigen. Also ihr könnt, ich würde euch Bombball empfehlen bei Arena War, das ist jetzt eigentlich egal ob ihr das selber hostet oder nicht, am besten immer schön lange Runden. Auf jeden Fall solltet ihr dann halt erstmal drin sein. Also es geht auch mit anderen Sachen, am besten teambedingte Sachen, da verliert man mit am meisten. Ja und ich melde mich gleich, wenn wir im Spiel sind. So, ich bin jetzt im Spiel quasi. Jetzt ist irgendwas los. Lüfter. Ja. Es ist egal was ihr ein Auto hier nehmt, irgendwas was euch gefällt. Aber ist eigentlich auch egal. Ja und jetzt kommt der einfachste Teil von allem. Und zwar braucht ihr irgendeinen schweren Gegenstand. Ich nehme dafür zum Beispiel eine Flasche. Und stellt ihr das so auf eure Tessatur, dass das unter anderem W mitdrückt. Ob das jetzt A, S, D und so mitdrückt ist egal. Dann müsst ihr draufstehen, dass W mitdrückt wird. Dann sieht das so aus, als würdet ihr mitspielen. Und äh. Dann ist egal wer gewinnt oder verliert. Weil bei Arena War gibt es zumindest auch bei Bomb Ball sehr gutes Geldverhältnis. Und ihr könnt auch nicht rausgekickt werden wegen AFK, weil ihr halt die ganze Zeit fahrt. Dabei steht eigentlich nur die Flasche da drauf. So. Jetzt könnt ihr das einfach so stehen lassen. Könnt nebenbei was anderes machen. Aber ich würde an eurer Stelle schon immer mal ab und zu gucken, ob alles noch im grünen Bereich ist. Und wenn das Spiel vorbei ist, dann wählen ja die Spieler immer aus, was sie als nächstes spielen wollen. Da könnt ihr einfach AFK daneben sitzen. Wenn das kein Bomb Ball ist oder ihr könnt auch irgendwo anders sein. Ist nicht die Welt. Verdient ihr ein bisschen weniger. Aber ihr könnt natürlich auch mal mit abstimmen, wenn ihr dazu Lust und Zeit habt. Ich würde nur an eurer Stelle mal gucken, ob ihr nicht rausgekickt worden seid oder irgendwas. Das wäre ganz wichtig. Aber sonst, so in einer Stunde macht man locker 50.000 mal Gewinn. Also danke fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und vor allem viel Geld.